Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser Ratchet mit den Brüdern, hallo. Hast du mir direkt schön übersteuert anfangen? Hallo. Ich übersteuere! Ich hab erst mal damit angefangen Trundle zu töten. Ja, vor allem, ich wollte loslaufen und mein Charakter bewegt sich nicht. Und ich klick so und denk so, hä? Was ist jetzt los? Er hat sich einfach nicht bewegt die ganze Zeit. Aber er wurde jetzt mal wieder geteamt-killed. Geteamt-killed. Ja klar, von Kalista. Ich find's aber schade, dass sie das nicht umlegen kann. Also, dass ich's nur einmal machen kann. Der darf ja mal jetzt... Was? Echt, du kannst den Ult nicht unbedingt? Nee. Nee, du kannst das nur auf Einsetzen, am Anfang der Spielzeit. Konnte man nicht dieses Item neu kaufen oder so? Glaub nicht. Eine Zeit lang und das dann umändern? Keine Ahnung, kann das sein. Ja, ob sich das so lohnt? Nee, es lohnt sich sowieso gar nicht. Es kommt drauf an, wenn du mit Soraka auf einer Lane bist und am Ende dann auf den Tank um... Ja, das ist schon richtig. Aber du bist ja... Ihr ist momentan der Tank, ne? Ja, du könntest auch von Anfang an direkt umändern auf den Tank legen. Weil du mit Soraka auf Lane bist. Ja, aber trotzdem ist es halt teilweise doof, dass ich... Das macht keinen Sinn. Das Ding ist nicht nur zum Engagen da. Das Ding ist auch aus dem Sales und des Supports da. Ja. Und eine Soraka damit zu retten ist doch das Geilste, was man sich vorstellen kann, ne? Ja, das kommt drauf an, wer die Soraka spielt, ne? Also das funktioniert mit der Tank Move. Ich hab sie auch auf Shift, hab ich gerade gesehen. Oh. Du brauchst ja nur Shift drücken und rechts klicken. Ist ja voll geil. Cool. Nimmst du den? Ja. Ich stehe nochmal drauf direkt. Kind wird. Hier kommt mal hier oben, das Ding kommt, geht auch mal hin. das mag, dass ich da sein sollte. Ne, ist hier unten gekürzt. Aber, weil man uns die holen, zu zweit? Die wissen ja gar nicht, ob die überkommt. Kannst du noch ein Wort hier entstehen? Naja, kann nicht, ne? Wenn sie kommt, komme ich schon runter. Liebes Blumen. Was Kai rauspultet, ist echt zu krass. Ah, ich will das. Hätte ich nicht machen, weil ich nicht so tue. Wieso? Weil ich jetzt... Achso, würde ich dann für die... Kenwave hätte ich das beinehmen können oder Miliminieren. Einfach mal gekaut der Jungle, die gute. Die DC? Anscheinend. Oh, ihr DC-Killer. Ja, finde ich eigentlich auch scheiße jetzt, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es zu spät gemerkt, da habe ich schon eh gedrückt, als er gesagt hat, die ein DC. Da habe ich schon gedrückt. Ah, das ist echt nicht cool. Es ist wirklich nicht cool. Also das meine ich jetzt wirklich im Ernst. Das ist nicht cool. Was macht man denn dann auf der... auf der Lane jetzt? Ja, wir haben es halt so spät gemerkt. Die stand halt da rum. Ich habe gedacht, alter, da kann ich jetzt einen übelst geilen Piller machen. Da habe ich ja drauf geklappt. An die Regeln halten sich so weniger. Ja, schon, aber... Deswegen muss man uns ja nicht selber anders machen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und dann bin ich halt weggelaufen und sie hat halt Autotext gemacht und ist mir hinterhergelaufen. Und dann war mir eigentlich klar, okay. RIP Internet bei der. Und dann habe ich gerade auf E gedrückt und sie gefilmt. Ja. Ansonsten hätte sie sogar überlebt, glaube ich. Ja. Dann hätte ich sie nicht gefinished. Ja. Das ist meistens so, ne? Geile Logik. Das war aber nix. Klingt nur der Spot. Plus eins auf Logik, ey. Hab ich meinen Top? Ich wurde geprägt. Oh, wir sind auch ziemlich viel mit mir jetzt gerade. Das ist wieder da. Probierst du halt? Ich habe kein Wort mehr. Kindred Baumette. Ich wollte es. Schade. Kindred kommt hoch. Aufpassen. Ich sehe sie. Tiefst. Du bist hier wegporten. Du dich um voll. Ich muss hier wegporten, meine ich. Schade. Ich dachte, wir ging sie. Gott sei Dank. Miku's Rieb. Da ist auch ganz schön engage gekommen. Der hat doch geflasht, alter! Was ist das für ein Newton, alter? Der ist aber ganz schön engaged gegangen, der Boy. Der wollte dein eines, ey. Gönn ihn dir auch nicht. Ich will eine 4, oder fuck? Ich klicke noch ein bisschen. Das ist mal ein bisschen mehr effizient, ey. Ich spring noch so wenig in den Augen. Hm, ich weiß. Dann spielt er besser. Ich hab ja gesehen das erste Item jetzt, mit der er sogar schon links ist hin. Hurricaine? Hurricaine, ja. Mit Hurricaine? Jo. Ich kann mir schon ein bisschen... ein bisschen Attic-Speed holen. Hurricaine, run! Ja, 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 ja. Das nix wär echt geil, ey. Ich wäre Bromös. Ich kann mal die halben Boots kaufen, kann ich mal 150 Gold, ey. Den kleinen OTCs hat diese Blitzkugel, oder? Die halben Boots, ja. Was? Nur den linken. Ja. Die Blitzkugel ist doch diese Blitzkugel, oder? Ja. Ja, dann hat er sie grad einfach rausgehauen. Die Tossi ist weg. So ein Blitzkreis um sich drum herum. Was kennen wird? Ja. Ey, Rot kommt gleich, ne? Ich kann dreimal raten, wer da sein wird. Wie? Die ist da drüber geflogen? Wie? Die ist da drüber geflogen? Ja, guck mal. Die Krabbe ist gemerkt. Ich woll sie mal an. Ich wusste mal an. Das leere, ne? Die an diese Ziele, oder? Die ist ja auch Scheiße. Ja, die hat ein Ziele. Ne, dann wäre sie aber nicht auf mein Pinkboard gelaufen. sie ist einfach in den busch gelaufen hat mein pinkbrot noch gemacht vielleicht hätte sie gesehen dass wir eh nicht mehr wegkommen ich wollte es aber nicht angreifen ja klar wenn man ein drüber und mir kann und mit weggen zu zweit machen ich bin halb tot ich bin nicht ganz klein überlebte scheiße scheiße so ätzend ja eigentlich also wenn es nur mal der c gewesen wäre hätte man es gesehen weil sie das war ja gar nicht mehr zu erkennen ob das DC war oder ob sie einfach nur retarded angeklickt hat ja fein, das glaub ich mich eher ey so ich komm top 5 aber jetzt ist sie in die 10 würde ich mal sagen so wie sie da steht oder sie hat einfach richtig harte lags jetzt habe ich den kill nicht bekommen jetzt läuft sie in die base Mist extrem würde ich nicht ja, würde ich sie in mich reingeflasht nicht 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 Aber du wirst auch stemmen, oder? Ja, ich geh mal weg Oh cool Oh schön, Ronny Da hat er einfach mal Ah ja, ich hab gezeigt wie der Rengar ist Rengar Main Da ist die Krabbe Oh, die ist eh tot gerade Noch 100 Gold, dann geh ich weg Hier, das Camp ist da Aber ich wollte nur den Weg hinter uns mal kurz Oh, sie hat jetzt einen bekommen, ne? Ja, den Kleinen hat sie bekommen Ich habe überlegt, ob ich ihn beißen soll Hier ist genug gepeinigt, dass sie Support hat, der kommt aus Die kann dann ruhig ein Kill von mir Oh Ronny, so close Hast du mal irgendwas? Ja, Kindred war bei dir Sie hat noch 5 AP! Oh, da ist Kindred Das läuft ja gerade nicht so bei dir da oben, ne? Nein, weil kein Mörder Damage macht Ich weiß, sie ist übel Okay Und das ist auch noch gemischten Schaden Bis True Damage Das ist mega hetzend Das Q ist True Damage, ne? Ja Oh, die Kraft Vorsicht Ken, kommt zu euch runter? Zu wem? Ah, du hast sie gerade zurückgelpertet, okay Shit, ich habe vergessen meinen Ofen auszumachen Ich bin sofort wieder da, ey Alter, what the fuck, ey Was ist das für ein Dude, ey? Wir haben schon 3 oder 4 Folgen aufgenommen Die ganze Küche brennt wahrscheinlich schon Ja So, wieder da Machen wir den Ofen erstmal Stunden an, ey Haben wir doch schon ein Ziel für die Folge Was? Die Küche brennt Haus an Feier Ja, Kai, ist gut, ey Ja, Haus an Feier, genau Ja, ist ja bloß Der kommische Timer, der die ganze So in drüben das Kreuz macht Und das ist halt nach Seit Stunden Pass auf, Ronny Die weinen Die weinen, die weinen, die weinen Ich will auch Wieso? Ich weiß auch nicht warum Komm back, komm back, komm back Doch, steh es nicht, ey Ja Der war doch unter 50% Ja, komm her, kämpf mit Der ist weg Wollen wir da einen echten Ausdruck machen? Da waren sie auf einmal zu viert, Ronny Ja, auch wo die zu zweit waren, hätte man sie locker knallen können Ich war ja da Ich war unterwegs, mindestens Ich glaub das Wieso machst denn du so wenig Schaden? Das ist irgendwie null Impact, wenn du da in den Kampf reingehst, finde ich Also ich hab der Kenwood grad so gut Schaden reingedrückt Ja, der Kenwood hätte genauso gut sterben müssen Das beide erwischt da eigentlich Ja, sie hat halt Ulti gemacht, ne? Ja, aber das Ulti wird juist da kein Damage Ich bin auf jeden Fall Ich bin auf jeden Fall Ich bin auf jeden Fall sie haben gut ist doch Oh, das wäre jetzt einfach mal drei Leute damit weggefingert Jacken? Aber er glaubt also nicht so gut Cannon vielleicht Oh, der wird Kai ja noch Der kommt noch drei, Junge Alter Hallo Ich hab's auch eingesprungen Ja, um dich zu retten, weil die an dir dran war Und ich dachte ehrlich gesagt Seco noch kommt Wie lange hält denn die ihre Ulti? Neck da oben Okay, dann hat sie einfach Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, mein Sohn Oh Ich hab immer einen Bot drauf Dann wahrscheinlich Dragon noch Na, der Meteor versuchen es auf jeden Fall auch Dann machen sie nicht Dragon Das war ja nicht so schön, da müssen wir uns was überlegen, ey Wir hauten da noch rein, die Kai und Können, ne? Ja, 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 die Kai Die hat Ulti angemacht und hat uns alle weggeburnt Ja genau, chill mal! Meinst du echt, dass sie mich eingeholt hat? Ich glaub, die Kai hatte ich das Gefühl, ja, deswegen hab ich dann in der letzten Sekunde mich entschieden, um einfach rein zu fliegen Und den Zweiten wird sie sich jetzt auch gönnen, Alter, dann geh mal weg Ja, nein, das ist doch hier einer im Jungle Das ist doch hier einer im Jungle bei denen Also ist noch hier einer im Jungle bei denen Was war auch hier? Findelt ist ja auch noch Ja komm, lieber zurück Kai ist auch weggenommen, bitte Guck, die läuft jetzt wieder rum Ich glaube eher, dass sie Extremalex hat, als dass sie hier in DC hat Ja, Extremalex, ich glaube Hallo Ja, die Türen DC, ey Steht halt jetzt da als Wort Jetzt läuft sie los Nach Hause, oder? Ja, nach Hause Hättet ihr mich jetzt von hinten attackt, Alter? Das wäre Arschluss gewesen, wenn man sie schon stehen lässt Genauso Arschluss, wie sie töten, wenn sie ihn disconnected Ja, zwei Mal Können wir Jake vielleicht machen, aber der ist gebordet, ne? Ja, wäre auch ein richtig risky Move Wir können auch trappen Komm Ich bin ein bisschen zu früh gefühlt Den Fokusen wir? Ja Ja, hier Die wollen nicht auch wenn da Worte, rein zu packen Also wenn das kein Damage war, dann weiß ich auch nicht. Oder Ture? Weiß ich nicht. Ich bin auf jeden Fall der Kenne einer mitgegeben, die sich gewaschen hat. Ja, ich hab' ihm aber auch richtig viel gegeben. Keine Ahnung, warum er einfach nicht stirbt. Von vollen HP auf ganz wenig HP. Aber er stirbt halt einfach nicht. Na? Stop Tower ist jetzt kaputt. Na, gar nicht viel gegen die Ausrichtung. Ja, sie pusht halt. Die hat Ult noch, ja. Wenn sie vielleicht zu zweit zurück sind. Oh ja, oh ja, ist klar. Ich verstehe. Ja, wohin? Hätte ich was auch noch gemacht, ey. Ja, die hat's nicht. Ja, die hat's auch noch gemacht, ey. Ja, die hat's auch noch gemacht, ey. Ja. Ah, jetzt. Ja, ist normal, wenn du diskonnect hast. Ja, da rennst du hinterher, bis du endlich deinen Move gemacht hast. Hm. Und ich hab' 6.1 und die alte Rippen einfach weg wie nix, ey. Ach, die hat auch 6.1 gehabt. Ja. 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 Ich hab' das Cannon noch. Ich komm' da draußen, oh Gott. Das Kai auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen die, glaube ich, vollkosten dir, Alter. Jetzt stehst du allein da drin. Oh, ich hab' Wort noch abgerufen können. Und weißt du, erst hat sie DC und dann ist sie wieder da und dann rennen sie uns über den Haufen, oder was? Ja, nett. Ich hab' den Dragon bekommen. Sind das alles Bots, oder was? Ja. 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 Das hab' den Fantasy haben, dass wir jetzt nach draußen fliehen. Aber was ist denn jetzt, ey? Also, den Dragon konnte ich steal'n. Das ist eigentlich positiv. Ich will die einige Camp machen, ne? Jetzt nicht mehr. wir müssen so etwas überlegen und über einen Split-Post oder wie sollen wir das gewinnen? Kai kann irgendwie keiner was anhaben? Na also wir fokussend sehen ja macht sie sich schon dann ja dann hat sie ihre Ulche raus und dann ja dann könnte er mal das Wort er hat sogar Doppelbar Kai hält ja auch nicht viel aus muss man dazu sagen hat sie jetzt geflasht gehabt? ja ich weiß auch nicht ob sie heute hier raus hat hat die jetzt heute nicht genutzt so Entschuldigung Leute ich war gerade ich hab grad angerufen ich hab grad angerufen schnell abgedummelt der LCS hat angerufen der LCS hat angerufen ja die wollen so einen Ränger der erstmal 2 gegen 1 gegen das Ding stirbt Kai hat er das gesagt? doch vor allem er hat so 30 Appillen gefahren ich war voll du warst nicht voll ich war voll hundertprozentig gewandete dich doch nicht ich hab mich auch nicht gewandet ich hab beide gegen die gekämpft wo du mit rein bist er ist doch voll gewesen aber auf eine andere Art und Weise ja das ist offen ja guck mal da ich bin auch da wenn wir das wirklich machen wollen wir das wirklich machen? das springen ist nicht weit genug ey ich kam nicht aus dem Volt rausgesprungen ja und ich hatte auch einfach gepflegt ja seid ihr von mir weggelaufen ja ich hätte schlecht in seine Arme laufen können um dir näher zu kommen ob er wegkommt und mich hinten lasst oder zu denen hinlauft und zu mir kommt ist wohl glaub ich jacke wie Hose ja und ich wär auch nicht heute gekommen weil ich wurde gestahnt also ich wär auch nicht wirklich näher gekommen haben sie mich in der Mitte gegrabt die Misskerne da könnte man sich fragen was suche ich in der Mitte? eventuell also haben wo du gestorben wärst in der Mitte äh da drin ah los komm Marcel werd rein alter ist doch gut ey es ist doch okay das sehen die aber anders wo? wo war'n das jetzt? ja ich hat die Ulti nicht raus gehabt hä? selbst wenn das sind 5 Leute boah Jungs ich dachte die Ulti wär raus dann hätten wir die auf den Spiel boah Jungs das sind 5 Leute immer noch gegen 3 ja du gehst zu Hosei und wir sind schuld oder was? na das sag ich doch nicht ich hab einfach gedacht ich nehm die aus dem Spiel dann könnt ihr ein bisschen pushen das war der Plan dahinter ja hab gefällt wir haben einen Minion wir haben keinen Minion push abgelaufen das war's Peace out Leute aber das mit den DC ist echt behindert ey die alte ist weg dann kommt sie wieder und dann darfst du nicht attacken weil du Angst hast du den DC hat das hilft nicht also ich höre da immer aufs Maul wenn die rankommt ja ich weiß nicht ob man da die Regel einfach ignoriert das heißt ignoriert wenn die wieder angelaufen kommt wenn die wieder angelaufen kommt also wenn sie aufs Maul also wenn sie aufs Maul so lange bis sie wieder in die Base läuft das ist halt so das ist halt eine moralische Regel das ist halt eine moralische Regel das ist halt eine moralische Regel ne Canon kommt zu deinem Blumen hallo? ja ich hab's gehört ich hab bloß gewartet dass das ein cool weiß das ist gut das ist wirklich gut das ist nicht gut weil ich tot bin das ist nix neu jetzt muss man ehrlich sagen ich konnte nicht mehr raus zu viel Damage man wenn jetzt der Canon weg kommt dann hol dich aber ey Ralf rückt mir jetzt noch ein bisschen was ab maybe er könnte aber auch noch kommen pass auf weil ich weiß nicht was ich bauen soll gegen die scheiß Kaie die drückt mich einfach weg ich hab auch keine Ahnung was wir gegen die machen können wir können einfach warten bis wir im Late Game sind auf die Thornmail was hilft mir ins Thornmail sie benutzt mein Thornmail schau mal das kämpft da oben weg oder auch nicht machst du das? was ist denn im Turm? das kann ich noch als drückt du dados schauteenth in 7 Sekunden ich konnte dich rechtzeitig rein zu wenig drauf geachtet rid jetzt hätte ich sich zurück gezogen dann hätte es nochmal drückt es da für mich rein springen können Das ist immer richtig kacke von unserem Timing her, oder von meinem Timing her. Deswegen solltest du eigentlich die Idee nehmen. Was? Ich werde jetzt erstmal booten. Oh, R.I.P. Lass mich doch in Ruhe, Mann. Die alte rastet überhaupt nicht aus, ey. Ja, das Problem ist, dass ihr Kenan auch nicht gerade wenig ausrastet. Und mich nur mit Null tötet. Da ist ein Wort. Kassivir. Ich komm mal hin. Ich komm mal hin. Ich komm mal hin. Ich komm mal hin. Ich komm mal. Willst du was machen, Baus? Nice. Alter, mit Shift ist das ja mal richtig abgefahren. Leute. Hä? Macht's Spaß? Ich hab einen neuen Champion für mich gefunden. Schön. Ich fisch mal mit. So. Ich werde ja hardcore gebumst. Ja, bei dir musste das Ult jetzt auf Cannon machen. Ja. Und er hat trotzdem nichts selber machen können wegen Exhaust. Ich bin auf Sibir gegangen und auf Kittenbrit. Das war genau so gespielt, wie man spielen muss gegen das Team. Exhausten auf Cannon, wenn er sein Ult zieht. Echt? Macht das bei Ability Power nicht weniger? Ja. Ist aber egal. Auch so, man stirbt nicht. Wann macht das denn weniger bei Ability Power? Was jetzt seht ihr denn da? Früher war's da halt. Ja. Aber da steht, sein verursachter Schaden wird um 40% verringert. Genau. Anscheinend. Ja. Früher war die Power weniger. Also weniger Reduce. Wollte man ein Skill-Move sehen? Hier, lassen wir das Camp machen. Nevermind, ey. Wollte man ein Skill-Move sehen? Zack, fuck. Ich hab fast überhaupt kein Damage, ey. Okay. Wollte vielleicht jetzt ein Skill-Move sehen. Hup. Ha. Kannst du einfach so random jumpen? Okay, ich versuch dir jetzt die Weltkrieg zu holen. Wir haben jetzt einen Camp jetzt. Ist nicht so. Ja, fick mich nicht. Ulti hat sie nicht mehr. Hat sie für mich verwendet. Geht mit. Geht mit. Pass auf. Oder rein, Jumpster. Pass auf. Noch Möglichkeit escape. Ja. Ja. Wollen wir mal Kai-Di uns holen? Geht mit du? Ich glaube. Die ist weg. Nee, sieh nicht. Die kript dich einfach nicht. Alter, die nascht mich einfach ne Wunder. Ich komm zu euch, aber ich brauch noch ziemlich lange, also ich glaube nicht das Junken. Wieso ist die so schnell, Alter? Doch, doch. Wenn die sich heilt, dann hat die mal rufen. Oh. Spring nochmal rein, jetzt. Eis. Alter, wie der mich gesnackt hat, wie so ein Snickers. Ah, da bin ich einfach mal durchs Battlefield gehüpft hier. Ja. Wir rotieren top. Was ist denn diese Shift-Taktik? Du drückst einfach Shift die ganze Zeit, oder was? Ja. Shift und Herzklick. Was macht das? Dann spring ich doch schneller. Dann spring ich schneller auf die Liste. Dann muss ich nicht hin und her klicken. Achso, das attackiert allein dann, oder was? Das ist doch nice, wenn es funktioniert. LOL. Oh, ne? Ich hab's mit der gemacht, ey. Ich hab sie penetriert. Nein, 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 nein. Haha. Der Freund war fast am Tübi. Dieser Du! Hahaha. Ugh. die danach geschlossen weg war fliegt mal weg ab und zu zieh ich dich einfach mal rein damit du dann noch mal rein einspielen kann sie sehen wir die noch mal ein bisschen weil deren Damage Output ist übel der Bait war auch bis vor allem war das kein Übelster Bait Jo der totale Bait alter, die hat uns einfach platt gerannt und dann sind auf einmal ganz viele andere gekommen und dann war ich froh dass mein Team noch aufgetaucht ist ey es war geplant von mir ne ich meinte jetzt hier wo wir die Keile da erwischt haben ja ich wurde einfach wie ein Snickers gegessen leider wurde einfach innerhalb von ein paar Sekunden so hoch weißt du aber das ist ja nichts neues bei dem einen dass die Keile weniger heilt ich bin hinterherlaufen ich geh, lass, ich geh warte noch mal raus gehen obwohl ist eigentlich risky mit Baron hast du TP ab? ja ein gedud aber Baron ist eigentlich gut ausgewordet in gar kein Vieh da also in Waka Minion da wo ich mich importen konnte im Kampf und da habt ihr sie eh fast gekölt also hab ich dann da vorstangeweil du brauchst du blau ne ich nehm ihn wenn du ihn nicht willst ich schlaufe mal oder Ekko hätte ihn auch nehmen können Ekko ist mir egal, der Hauptsache nicht ich ich wüsste exakt wie die Keilblit überhaupt ey oder wollen wir jetzt einfach Bots zusammen gehen? sonst? ja nicht einfach nicht wir haben zwar ein gewisses Risiko dass die Baron machen aber wir haben wie gesagt gut ausgebordet und ich bin schnell da und zeigen muss den clearen wir eigentlich richtig direkt glaub ich ich tu noch hier ein bisschen ausworten jetzt gehen sie hin ja dann schnell hin da lockieren die du? das schaffen wir nicht mehr so viel damit wir die haben oder? momentan gehts die waren nicht nur zu zweit ne da sind sie alle noch ist der Wart da zu dem TP'n könntest die anderen sind fast da Ronny ist sogar schon da von den hat Career-Killl das ist doch geil der Gearenga OP kriegst du nich tot den Boll vorhin nicht mitox 보� Ich hab dir ja Doppelschilder aufgegeben, damit sie dich nicht rippen, da Kann dir nicht helfen Sie hatte Flash noch, um mich zu killen, das Signal Durchpushen? Ich hab auch Missplayed das Ganze Ihr könnt pushen, ja GG Ah, ich hätte nicht sterben dürfen Nice Wenn ich Shift drück, kann ich mein Item nicht benutzen, ist mir gerade aufgefallen Ja, die musst du extra legen und nochmal auf Shift drauflegen Also Leute, wieder schöner Sieg Baut rein, bis zur nächsten Folge Ciao Tschüss